Nicht erschrecken, ich bin's. Hansi! Hansi! Das ist er wieder! Herr Schiede! Herr Schiede! Herr Schiede! Ich mache mir wirklich große Sorgen um Sie. Nicht nur gesundheitlich. Wo ist denn deine Hose? Wo ist die Hose? Eddie hat ein Problem. Jeder ruft mir an. Alle machen einen Bogen an mich. Ich bin von seinem Lieben Freundschaftsorgestelisten gestrichen worden. Ich bekomme nicht mal erst mal Milz. Eddie hat plötzlich einen Schutzengel. Wie Sie denken, das liegt an diesem Erscheinung. Das sind keine Erscheinungen. Er ist einfach immer da. Eddie hat jetzt einen echten Buddy. Doch leider kann man sich seinen Schutzengel nicht aussuchen. Sorry, mein Fehler. Ich habe das nicht so oft gemacht. Es ist ja schlimmer, als ich dachte. Der Typ ruiniert mein Leben. Geldprobleme sind eine ernste Sache. Ich bereite alles vor. 625 Kilo. Ungefähr 20 Millionen. Ich weiß, warum ich's mache.